So meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen bei heute der Extraaufnahme, die ich extra nachvertonen werde. Wie ihr seht, bin ich gerade im Turm von Latria. Ich bin online, denn ich habe meinen Blauaugenstein gezückt, um gleich gerufen zu werden. Und hier werde ich ja schon gerufen. Ist das nicht Prima Timing? Natürlich ist das eine spätere Aufnahme. Ich werde als schwarzes Phantom in eine andere Welt gerufen. Sprich, ich bin rot und ich mache PvP. Und das ist etwas Besonderes, was ich hier kurz erklären kann. Das ist bis jetzt in Demon's Souls und auch in Dark Souls 2 kommt das nochmal vor. Aber in Demon's Souls habe ich das unglaublich gerne gemacht. Und zwar kommt jetzt K10. Ich bin auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ist genauso wichtig wie Ring und Dolch, den Turban, den ihr da seht. Wenn ich den Kampf gewinne, und da ihr das seht, werde ich den Kampf gewinnen, mal gucken, wenn ich den Kampf gewinne und damit den Typen, der versucht, diesen Boss umzubringen, praktisch das verhindere, dass er den Boss umbringt, kriege ich meinen Turban. Dazu muss man, um es mal kurz zu sagen, Phantom sein, also praktisch in der Seelenform sein. Man muss Blau-Augenstein oder Schwarz-Augenstein in Latria benutzen. Egal wo du den benutzt, der Mönch kann nicht überall hinrufen. Und das ist sehr, sehr praktisch. Also in meinen Augen, es hat mir halt wirklich eine ziemliche Zeit ziemlich viel Spaß gemacht. Da habe ich mehrere von denen gesammelt, weil ich einfach nur... Okay, ich bin ehrlich. Ich wollte eigentlich, wollte ich... Game One macht im Moment, hat das... Knall hat durchgenommen Demon's Souls gemacht. Ich habe versprochen, die machen da PvP, weil sie sonst immer nur auf der Xbox gespielt haben, und auf der Xbox spiele ich nicht. Also, weil ich ja nur PS3-Spieler bin. Und ich dachte mir so, die kriege ich bestimmt auch auf der Konsole. Also auf meiner Konsole. Und dann haben sie keine gemacht. Und dann habe ich halt meine Deny-Prances einfach nur zum hier Typen töten gehabt. Aber jetzt beginnt der Fight. Und ich drücke erstmal direkt Magie rein, weil ich ein Magier habe. Der Typ selber ist eine Frau, der mit dem Krummschwert des Schatzsuchenden ist. Und halt dem Richter steht, welches Leben regeneriert. Und er versucht mir einen Bogen auf mich zu schießen. Da habe ich beschlossen, Magie ist irgendwie nicht so klug. Weil... Weiß nicht. Ich treffe so schlecht. Aber da habe ich gut getroffen. Und da denke ich mir so, R1 for the win. Komischerweise ist es wirklich so. Als er sich dann heilen will, gebe ich ihm dann den Final-Schlag mit meiner Magie, welche mittlerweile echt gut sein sollte. Da wollte ich eigentlich verbeugen, aber habe ich das Hurra getroffen. Whatever. Ist okay. Ich habe meinen Turban gekriegt. Ja, jetzt sehe ich mein Gesicht halt nicht mehr. Was soll ich machen? Gut, damit ist das hier auch schon fast zu Ende. Ich weiß nicht, ob das Nachkommentieren so jetzt effektiv war. Der Kampf war ziemlich kurz. Es war viel rumgestehe bis dahin. Aber das ist hin und wieder mal so PvP. Ich freue mich auf alle Fälle tierisch, dass ich den gekriegt habe. Ich sehe tierisch scheiße aus. Und zwar ist es ein Turban, der einst zum goldenen Gewand des alten Meisters von Latry gehört hat und schließlich die Kontrolle über ihn übernahm. Ah, Mist. Ich lese es mal beim nächsten Mal in Ruhe durch. Oder bzw. ihr konntet es wahrscheinlich gerade durchlesen. Ich nicht. Na gut. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.